Und einen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem Vlog mit Er hat auf jeden Fall ein physisches Problem. Heute ist der Niko da, der Inski. Hi liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen TMI-Tag. Auch ich bin vegan unterwegs. Abonniert alle Don Bronson auf Instagram. Das ist übrigens Don Bronson, der liegt hier auf meiner Couch. Ah, ich bin voll müde. Wie heißt es auf Instagram? Don Bronson. Wie nah bist du denn da hier? Dem ist gerade E-Klode angenehm. Dem ist gerade E-Klode angenehm. Es wird alles reingeschnitten. Es wird alles reingeschnitten. Bin ich auch scharf oder ist es gar nicht? Einmal ein bisschen unscharf. Sag einmal. Zum Beispiel, wie es ist weiß. Sag einmal ein bisschen. Abonniert mich auf Instagram. Abonniert mich auf Instagram. Hey, hey, Moment, Moment. Abo geil. Abo geil. Hey Leute. Abonniert mal Sascha Hellinger. Die zwei, die von uns gerade ein Wettrennen, wer zuerst die 300... Ne, hast du schon die 300? Wer zuerst die 400 Abonnenten knackt. Okay. Weil das ist unser Ziel, wenn wir das irgendwann mal erreichen. Das Ding ist halt, beide heißen Sascha und da gibt es schon jahrelang hier ein Duell quasi zwischen uns beiden und wer zuerst die 400 Abonnenten knackt, der ist auf jeden Fall der Gewinner. Ist das jetzt gerade dein Ernst, Sascha? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Oh Mann. Heute ging die Post ab. Erst haben wir auf Ungespielt ein Video gedreht. Das könnt ihr natürlich auch nochmal nachschauen, wenn ihr wisst. Schaut einfach bei Ungespielt bei meinem zweiten Challenge vorbei. Ja. Das ist übrigens ein schöner Challenge, den du da hast. Danke, Mann. Ich spiel gerne Minecraft. Das ist mein Hobby. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Und du? Was machst du? Nur wahrscheinlich rumschreien. Ich sag einfach nur so. Ich mach so Videos. Und setze mich in meinem scheiß Kellerzimmer. Ja. Hab so einen Kollegah-Post an der Wand. Ja. Und dann denk ich mir halt nur. Alter. Yooo. Das ist ein bisschen komisch, aber so bin ich halt. Ich glaub, meine Augen haben gerade wieder einen Unterschied hier. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier gerade zu Hause, weil wir die ganze Zeit schon unterwegs waren. Und was natürlich, wir waren vorher in Longboarden, wie ihr gesehen habt. War richtig geil, denn mich hat zwischen euch wieder fast auf die Fresse gehauen. Aber juckt euch ja nicht. Ja, da ist der Niko. Ja, da ist der Niko. Er hat das Longboard von Taddle bekommen. Oh, ho, ho, ho. War schon nicht schlecht. Ja, gut. Ich war nicht schlecht. Hab ich gesagt, dass ich Longboard fahren kann. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Liebe Leute. Herzlich willkommen. Warte, ich muss hier irgendwie coolen. Niko, diese Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Ja, und dafür, dass der Niko zum ersten Mal auf dem Longboard war, war es schon eigentlich ganz anständig. Also, erstes Mal würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, ich bin ja im Verein. Longboard. Und du hast einen Longboard-Verein? Ich bin im Longboard-Verein. Okay, und was macht ihr da so? Gelegentlich fahr mein Longboard. Nicht schlecht. Ja. Wir müssen leider gleich aber schon wieder los, denn der Niko ist noch mit Lion verabredet. Und dann drehen wir noch einen TMI-Tag. TMI-Gay-Tag, ja. Den brauchst du bei dir gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich sieh's auch. Das ist ja räumlich. Ohne Logik, Alter. So, Leute. Alter, ich find's übel geil, die Cam. Alter, meine Augen wieder. Shit. Also, Leute. Das Ding ist jetzt folgendermaßen. Der Simon, der hat grad ein Problem. Und zwar, der traut sich's halt einfach. Nicht euch zu sagen. Ich weiß, ey, ich sag auch nicht, wie ich's euch persönlich rüberbringen soll. Simon. Das ist nicht einfach. Wir haben heute viel durchlebt. Wir haben wirklich heute viel gemacht. Videos. Kannst du, ey, Niko. Kannst du mir gefallen tun? Kannst du Leuten das sagen, was mir auf dem Herzen liegt? Ich probier's grad, Simon. Mir kommen grad die Tränen, ne? Ich weiß, Simon, Alter. Kannst du den Leuten sagen? Du weißt, was ich... Du weißt schon, ne? Ich muss nicht. Okay. Leute, ihr müsst jetzt stark sein. Nein, es ist in Ordnung. Okay, aber ich find's so korrekt, dass du's sagst. Simon, es ist in Ordnung. Ich würd's euch auch sagen, aber ich kann's grad nicht. Es ist in Ordnung. Nee, ich kann's nicht. Leute, das Problem ist einfach jetzt folgendes, okay? Ich weiß gar nicht, wie ich's sagen soll. Vom Pistol!